Na ja, da können wir noch mal kurz seinen Müllerimer schauen, auch eigentlich, wenn ich es gar nicht möchte, aber jetzt sind die anderen zumindest nicht mehr da. Nach Essen suchen. Boah, schmeißen weg. Ganz ehrlich. Gut, ich meine, wenn du in so einer Situation bist, dann nimmst du natürlich, was du bekommst, aber angebissenen Apfel und dann noch im Müll. Da musst du doch schon gammeln. Vor allem die Bakterien, wenn der im Müll schon lag. Okay, setzen wir uns an den Tisch und machen erstmal eine kurze Pause. Ja, wir haben leider nicht viel Geld. Oh, ein Auto? Ein paar Minuten später. Ach, der ist schon wieder da. Äh, haben wir nicht vor. Ja, der ist ein cooler Typ. So, was gibt es denn gutes zu essen? Erstmal gibt es eine Karte, okay. Ja, ich hoffe, ich kann es lesen. Ist das supposed to be Washington? Ich weiß nicht, was ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber wir müssen da sein, woanders. Hey, ich weiß. Wir sind hier. Da ist eine Karte, sieht man? Nein, keine Chance. Wir waren vor dem Mount Rainier gestern. Aber es ist ein Meter entfernt, jetzt. Ich zeige euch, wo wir sind, okay? Ja, okay. Wir nutzen die linke Maustaste und die Maus für die Bewegung und beschädigen mit Leertaste. Dann gehen wir nach links. Ähm, okay, wir sind auf jeden Fall bei einer Tankstelle. Ähm, da ist ein Zeltplatz. Ach, so kann ich nicht bewegen. Ähm, wir warten auf jeden Fall bei einem Fluss. Ich würde schon sagen, bei der hier, ne? Wir haben halt mal richtig aufpassen würde in dem Spiel, ne? Ist das hier? Läuft richtig. Wo kann das sein? All right. Das ist es. Are you sure? Yes, it is. It's next to the river we can't buy yesterday. Here we are. Okay, so. Can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far. You want to walk a whole week again? Oh. But it looks cool. Hold on. I'll find where we can go. Hey, kids. Looks like you're out camping. Ähm, ja? Yeah. Just going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. But maybe you're the ones who need to be watched. Huh? Okay. We just... Hope you paid for all that. We don't tolerate shoplifters. Uh. Sir. We paid for this. And the map was free. Well, let's go inside. And you can show us what you bought. Uh. No. Thanks. We have to go. Nope. You're going inside. Don't make this worse for yourself, kid. What's that for a bitch? I will. Unplugged? Äh. Besprechen. Flüchten. Oder angreifen. Äh. Angreifen. Können wir schon mal ausschließen. Ähm. Ich habe auch ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock mich mit denen anzulegen. Pff. Lüchten. Lüchten. Besprechen. Ganz ehrlich, ich will es ausdiskutieren. Äh. Entschuldigung, Sir. Wir waren nur... Hiking. Ich versuche. Dann schauen wir uns, ob du die Wahrheit erzählst. Komm schon. Äh. Äh. Aber... Wir müssen gehen. Sean? Äh. Es ist okay. Schau. Our... Our dad is waiting for us. Okay. Du kannst ihn von unserer Freundin. Okay. Lüchten wir uns anzupacken. Don't do it, boy. Lüchten wir uns anzupacken. Lüchten wir uns anzupacken. Lüchten mich anzupacken. Ist das ein Wichser? Ernsthaft? Aber hätt's einen Unterschied gemacht, wenn wir... Geflüchtet wären? Fuck. Der weiß, wer wir sind. Okay. Fine. Danke. What the fuck? Where am I? Oh, shit. Daniel. No, no, no. Don't do this to me. Police will get those two straightened out. Are you sure about this, Nick? I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, Ben, well, I'll let you deal with it. Oh. Hey there. You finally awake? Sorry, I had to cure you. But if you're innocent, don't act guilty. How's your stomach? Hurts. I didn't pop you that hard. All this is an Arschloch. I feel like I'm gonna throw up. Just let me use the bathroom. Nice try. But I know who you are and what you didn't see. Yeah, I saw it in the paper. Where's my brother? Wish I knew. Little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him, you think I hurt a little boy? I guess you didn't have any second thoughts about leading him out in the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. He's lucky. He won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. You hold tight. I'm gonna go get your brother. Very nice racist, ne? That's a asshole. Okay, we can try to... Okay, wir können nach rechts und links. Ja, ich schätze mal, das wird nicht funktionieren hier. Okay. Daniel muss be scared, shitless. I can't leave him out there. I wonder if I could get more light from it. Komm, ich habe... Okay. Yeah, that's what I thought. Fuck. Nee, das wird leider auch nichts. Na, Frage ist, wie kommen wir hier? Eine Pappröhre, die können wir bewegen. Okay. Looks like he's gone for now. Frage ist nur, was uns das Ganze bringt, aber wir können gerade eh nicht viel machen. Wir probieren es einfach mal aus. Okay, an den Stuhl kommen wir nicht, aber an die Pappröhre auf jeden Fall. Okay, was auf, dann schauen wir hier mal. Okay, zumindest haben wir das Licht. Ein Hinweisschild. Das können wir bewegen. Können wir ans Regal treten. Ja, wir verstehen es. Du bist die perfekte Amerikaner. Hall. Sean. Sean. Oh, Daniel. Wo bist du? Äh, am Wochenende. Ich bin gerade hier. Är, bist du okay? Äh, äh, ich glaube so. Das alte Mann schießt mich in die woods. Aber ich glaube, ich erinnere ihn. Ist er weg? Ich bin wirklich, wirklich Angst. Hey, Inan. Du bist gut. Du hast totalen, was sie. Dankeschön. Du hast eine Chance. von hierher rausgekommen. Ja? Ja. Wir müssen uns hurry, aber. Er hat die Polizei auf uns. Ich denke, Mann. Es muss einen Weg rausgekommen. Okay, die Hünder... Äh, die Hünder-Hünder-Tür. Die Hünder-Tür wird wahrscheinlich Zugspart sein. Äh, Bürotür... ...glaube ich nicht, dass wir da irgendwie weiterkommen. Aufkommen lassen. Äh, Frage ist nur, was bringt... Mhm, gut, vielleicht kann uns irgendwas durchgleichen. Ah, shit. Ah, das wird nix. Don't worry. We'll figure something out. Hey. Vielleicht lässt sich die Tür ja von außen öffnen. Mal gucken, ob's klappt. Ah, das Zug sperrt scheiße. Es wird nicht öffnen. Es ist lockt. Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lass mich denken. Es gibt eine Fenster da. Vielleicht kannst du einen Weg in oder was. Okay, mal schauen, ob wir da irgendwas erreichen können. Es ist kein Weg. Was? Es ist ein Führer. Es ist ein Führer. Aber bemerkt. Es kann ihn anzupassen. Wir haben Licht, aber... Wir haben Licht, aber... Haben uns jetzt irgendwie... ...was Neues freigeschaltet? Gut. Das ist egal, wenn wir treten, dann... ...lock man wahrscheinlich rein. Ah, Schlüssel. Natürlich sind die fucking Kieze all die Wege hin. Wir können uns... ...kir abreißen geht ja nicht. Aber wir können... Ah Mist, wir können die Couch natürlich nicht wegrutschen. Oh, befestigung. Oh, warte mal. Wir werden davon nur auf, äh, versucht, die, äh, die Fessel abzureißen, aber noch nicht das Rohr. Vielleicht... Ich brauche etwas, um diese Scheiße abzureißen. Okay, Daniel. Ich sehe einige Kieze, aber ich kann sie nicht erreichen. Vielleicht kann ich sie, wenn ich diese Pfeife auf der Wolle bekomme. Können Sie einen Art von... ...Tool da oben finden? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ist das Pfeil in der Werkstatt? Hat man die vorhin gefunden? Okay, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Ach, ja, 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 stimmt. Stimmt, da war ja was. Okay. War das Regal, ich glaube, äh... Vielleicht geht's, aber ich will's nicht riskieren. Wenn wir das Teil runterstoßen, dann wird der Alde hier bestimmt reinkommen. So kommen, was hier los ist. Okay, so... Oh, sehr gut. Okay, damit können wir vielleicht die Rohrbefestigung ram... äh, ran... ...rammachen, äh, abreißen. Alles klar, auf geht's. Äh, drücker wiederholt, okay. Sehr gut. Good job, Bro. Okay, jetzt müssen wir versuchen, irgendwie... Okay, das klappt soweit. Sehr gut. Weiter und weiter und weiter. Okay, da kommt mal ein Schlüssel, den können wir dann durchs Fenster nach außen werfen. Ah, wir haben den Dialog wieder unterbrochen, sorry. Na, op, los. Jetzt aber, ja, 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 jetzt. So, einmal nehmen. Jetzt müssen wir ihn nur irgendwie durchs Fenster bekommen. Hier, hier. Oder so. Komm, komm. Und wir haben immer noch die Handfesseln dran. Wenn wir noch irgendwie aufbekommen müssen. Komm, komm. Ja, Sean. Oh Gott. Ich war so schreckt. Oh, ja. Doch, er hat. Am Anfang. Alter, wir schlägten kleine Kinder. Nice. Jetzt aber weg. Okay. Jetzt müssen wir meine Sachen holen und gehen. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Oha. Was hast du getan? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was hat. Es ist okay. Hey, du bist jetzt safe. Wird das noch eine Entscheidung? Ähm... Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde es am liebsten mitnehmen, ne? Ich meine, wir haben schon hier genug Chaos angerichtet, ne? Aber einerseits... Äh... Wir müssen auch irgendwie überlegen. Äh, überleben. Überlegen. Überlegen müssen wir auch, ja. Ach komm, was soll's. Wir nehmen es mit. Jetzt ist es eh schon zu spät. Ich weiß nicht, wie soll's. Du schützterlose Schiff. Du und dein Bruder gehen uns mit der Rettung. Ich will's mit dir. Die nächste Entscheidung. Ich habe so schon beim Stehlen gezögert. Jetzt zögere ich natürlich noch mehr, ne? K.O. schlagen und stehlen. Das ist nicht richtig. Aber andererseits, der Wichser hat uns auch geschlagen, ne? Komm, scheiß drauf. Der Pisser hat uns geschlagen und vor allem unseren kleinen Bruder. Kriegt er Zuck auf die Schnauze. Ich sagte dir, wir lassen uns allein. Sean, was machst du mir? Daniel, komm, wir müssen hier rauskommen. Aber ganz ehrlich, scheiß auf den Dixern. Ich weiß nicht. Was machst du hier, Mann? Du hast fast den Scheiß auf mich. Du bist okay? Du bist okay? Das Asshole! At der Gas Station. Du bist fucking verrückt. Du hast mich in seine Backoffice. Ich versuch. Du, ich bin nicht mehr. Ich glaube, du bist okay? Du bist verrückt in den Wald. Du bist in, du auch. Hör auf, bevor er uns holt. Hauptsache er ist mal weg von den Assis, von den Rassisten. Hör auf, das ist verrückt. Und ich dachte, ich habe einen schützlichen Tag. Ich wusste, dass dieser Mann sehr schützend war. Hat er dich belästigt? Warum ist er durchgedreht? Absolutes Arschloch. Oh ja. Mehr Bigfoots als Mexikaner. Nur in einem Ort gelebt. Ja. Mein Vater sagte, es gibt mehr Bigfoots als Mexikaner. Boah, der Typ ist cool. Ups. Ach nee. Der hat einen Hund mitgenommen. Ernsthaft? Daniel. Was? Wir haben sie geholfen. Wir sind Hörer. Ja, ich glaube wir sind. Also, was soll ihr Name sein? Hey. Dein Hund. Dein Name. Oh, cool. Mal sehen. Ähm. Hm. Wie geht's? Ein Muschirm. Trüffel. Ähm. Na gut. Der Name muss ja an uns gefallen. Muss ja ihm gefallen. Von daher. Na komm, was soll's. Ja, das ist ziemlich cool. Wie geht's? Wie geht's? Ich bin sicher, dass sie es liebt. Wie geht's? Wie geht's? All right. Auf kommt's an. Oh, ja. Danke, Bigbrother. Siehst du? Muschirm? Du hast jetzt das beste Name überhaupt. Muschirm. Nice. 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 Ich fühle mich, dass ich einfach die Geschichte gesehen habe. Du bist auf deinem Weg, um offiziellen Road Warrior zu werden, meine Leute. Die Dürerrüstung. Die Dürerrüstung. Ein Schwert. Und ein Bogen. Ihm. ... Sounds like, you've been on the road for a long time. Long boring story short. I come from a family with money, but no soul. I took off after school, and never looked back. Now I write stories for zines, und Webseiten, Podcasts, Protesten und versuchen, einen positiven Veränderung zu machen. Ja, was auch immer. Wow, also du bist alles politisch. Alles ist politisch, Sean. Leider ja. Bist du je einsam? Bist du berühmt? Wie verdienst du Geld? Ja, das ist mir noch zu persönlich, die Frage. Bist du wie... famous or something? Hehe, mehr wie... or something. Hm, oder so. Leute in meinem... ...network, wissen, wer ich bin und vice versa. Das ist genug für mich. Das klingt ziemlich großartig. Heh. Ich wünsche mir, dass ich auch famous war. Hm. Hey, egal was, ich versuche einfach nicht, zu kümmern. Otherwise... ... würde ich als mein Freund sein. Am Ende des Tages müssen wir uns auf jeden Fall schauen, richtig? Ja, du hast uns auf jeden Fall schauen. Danke. Danke. Ich bin mir wieder. Hm. 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 Es sieht aus, wie dein Bruder krassig. Oh. Gut. Er geht immer direkt in den Fahrzeugen. Ja. Und fühle dich, das auch zu tun. Ich werde dich persönlich nicht nehmen. Was für dich? Du bist gut, um zu fahren? Oh ja. Das ist mein Lieblingsmoment, um zu fahren. Oh ja. Nachts fahren ist geil. Und dann ist das, was du so leckerst. Oh ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020